Musik Moin Leute und heute zeige ich euch einen fucking Gift Cast to Friends Glitch Jawohl, richtig Leute, ihr könnt Freunden Autos geben bzw. ihr könnt von Freunden Autos bekommen und das sehr leicht. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht ein Clubhouse, was nur eine Etage hat. Dieses Clubhouse muss voll sein und mindestens mit einem Motorrad, was ihr für diesen Glitch wegschmeißen könnt. Außerdem braucht dieses Clubhouse auch noch die hauseigene Tuning-Werfstatt, das ist sehr sehr wichtig. Und das war es dann auch schon. Ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Als erstes startet ihr das Stunt-Rennen, was ihr euch eben markieren musstet. Seid ihr im Jobmenü angekommen, stellt ihr natürlich die Fahrzeugklasse ein. Es ist völlig egal, wer von euch diesen Job startet, der das Auto gibt oder der das Auto nimmt. Es ist völlig egal. Habt ihr die Fahrzeugklasse richtig eingestellt, ladet ihr euren Freund ein. Als nächstes kommt ihr ins Auswahlmenü, um das Fahrzeug zu bestimmen, was ihr im Rennen benutzen wollt. Euer Freund wählt natürlich das Fahrzeug aus, was ihr haben wollt. Hat er das gemacht, startet ihr den Job. Euer Freund muss generell bei diesem Glitch sehr wenig tun. Er kann eigentlich fast faulenzen. Er muss einfach nur das Fahrzeug zur Verfügung stellen und wenn es mal unsichtbar ist oder weg ist, einfach respawnen und mit das Fahrzeug wieder da ist. Mehr muss euer Freund bei diesem Glitch nicht tun. Damit würde ich mal sagen, let's go! Seid ihr im Rennen angekommen, steigt ihr als erstes aus und geht zur Rampe. Seid ihr bei der Rampe angekommen, rennt ihr nach oben. Während ihr nach oben rennt, spammt ihr die rechte Falltaste und die X-Taste, um direkt ins Startspiel zu kommen. Denn ihr müsst nämlich gleich Startspielen, um in einen gewissen Modus zu kommen. Startet sich gerade das Startspiel, drückt ihr auf die rechte Falltaste und bestätigt natürlich die Meldung, um wieder aus dem Dartspiel heraus zu gehen. Seid ihr dann wieder im Clubhouse, werdet ihr schon merken, dass ihr gerade den freien Modus ins Rennen geholt habt. Das seht ihr nämlich unten an der Minimap, dass die ganzen Garagen aktiviert sind, Alice Customs ist aktiviert und 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 und. Als nächstes rennt ihr dann zum Motorrad, was bei diesem Glitch sowieso verloren geht, also am besten natürlich an Fagio. Ihr steigt auf und fahrt aus dem Clubhouse heraus. Seid ihr draußen angekommen, respawnt ihr einfach. Seid ihr unten angekommen, steigt in das Fahrzeug ein, was ihr euch glitschen wollt. Seid ihr eingestiegen, fahrt ihr die Rampe hoch. Ihr seid dann im Clubhouse. Es kann ein paar Sekunden warten, bis die Textur geladen hat, aber ihr müsst auf jeden Fall warten, bis die Textur da ist. Ist die Textur dann da, steigt hier einmal aus und steigt dann direkt wieder ein. Und spammt dann die rechte Falltaste, um in die hauseigene Tuning-Werkstatt zu gelangen. Seid ihr dann mit dem Fahrzeug in der hauseigenen Tuning-Werkstatt drin, verändert ihr irgendetwas. Mein Tipp, nehmt das Nummernschild, da das Nummernschild am billigsten ist. Aber es ist völlig egal, ihr müsst einfach irgendwas ändern. Habt ihr irgendwas geändert, könnt ihr wieder aus den LS Customs rausfahren. Seid ihr wieder draußen, geht ihr dann zum blauen Punkt. In meinem Fall versperrt das Fahrzeug mir den Weg, also müsst ihr kurz respawnen, mit der Weg wieder frei wird. Sind wir dann jetzt wieder im Clubhaus drin und können dann auch jetzt zum blauen Punkt gehen, um ins Verwaltungsmenü vom Clubhaus zu kommen. Seid ihr dann im Verwaltungsmenü drin, guckt ihr auf den Stellplatz, wo eben noch der Roller stand, mit dem ihr rausgefahren seid. Ihr werdet dann merken, da steht jetzt das Fahrzeug von eurem Freund drauf. Wenn es da drauf steht, hat es funktioniert und ihr könnt jetzt eine neue Sitzung suchen. Seid ihr dann an einer neuen Sitzung angekommen, werdet ihr schon merken, dass das Fahrzeug unsichtbar ist. Das hat den Grund, dass Autos im Clubhaus generell immer unsichtbar sind, deswegen müsst ihr kurz ein Motorrad aus einer anderen Garage holen. Habt ihr ein Motorrad aus einer anderen Garage geholt, fahrt ihr gegen das Garagentor. Dadurch, dass das Clubhaus voll ist, werdet ihr die Meldung erhalten, jo, das Clubhaus ist voll, möchten sie ein Fahrzeug umparken. Da drückt ihr natürlich die X-Taste, um zu bestätigen und parkt natürlich das Fahrzeug um, was euch eben gerade herausgelutscht habt. Habt ihr es umgeparkt, geht ihr natürlich zur Garage, wo das Fahrzeug jetzt stehen sollte. Seid ihr in der Garage angekommen, boom, das Fahrzeug steht drin und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es gehört euch, ihr könnt es verkaufen, ihr könnt es umtunen, ihr könnt es für Rennen benutzen, was auch immer. Das Fahrzeug gehört euch. Und das geilste ist, Leute, wenn ihr Freunde habt, die sogar einen gemodeten Account haben, könnt ihr richtig spezielle Fahrzeuge holen. Und mit diesem Glitch könnt ihr euch dann eine richtig krasse Garage machen. Aber auf jeden Fall, Leute, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr für diesen krassen Glitch ein Lake da lassen würdet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Wombat. Ciao. 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 Vielen Dank.